Hi, und willkommen zurück zu meinem Let's Play Dungeon Keeper 2. Zuallererst, man hat es in der letzten Aufnahme gesehen, oder man hat es auch nicht gesehen, der Schluss war ein wenig krass abgehackt, ganz zum Schluss, weil es ist eben so, wie ich es befürchtet habe, wenn man jetzt die Mission schafft, es werden ja über die Cheats eingestiegen, und wenn man die Mission jetzt schafft, dann kommt man auch nicht auf den Missions-Screen. Oder irgendwie so zurück, sondern da kijkt es einen dann einfach aus dem Spiel raus und die Aufnahme war dann bei mir beendet. Das heißt, wir werden jetzt da immer so einsteigen müssen. Leider, sage ich jetzt mal, so die schöne Missions-Screen gehen uns verloren, dass ich das Level starte, dann gehen wir auf Restart-Level und dann geht es immer los. Genau, ich meine jetzt bei Mission 16, und es kann losgehen. Ja, ganz sicher. Also eben eh schon, da ist so ein Dungeon von einem Dungeon Keeper, der was vor uns da war, der was eingefahren ist, ganz erbärmlich. Und jetzt liegt es an uns, dass wir das besser machen. So, und wir fangen auch zum besser machen, indem wir sich schon mal die Räumlichkeiten da oben, also durch die Tür war es jetzt nicht mehr. Ach so, das ist unsere. Ah, okay, 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 okay. Das heißt, da können wir es ja dann klar mit Parod machen. Äh, ich brauche ein Imp, bitte, Imp. Ja, genau, aber so haben die Letcher für Level 5 Imp, starten wir da. Ja, und es gibt es natürlich, wie es da auch noch ist. Und da beschwören wir sich noch ein paar. Äh, Pfeiltasten zum Sterben. So war das. Okay, da haben wir schon ein bisserl Platz gleich am Anfang. Den holen wir sich jetzt aber vorher noch. Dass wir, ja, den holen wir sich gleich. So, und da können wir dann durchbrechen. Das ist eine feindliche Mauer. Okay, da kriegen wir dann schon eins, zwei. Oh gut. Bogenschützen. Okay, da haben wir nur ein paar. Kreatürchen, da haben wir auch noch. Ach so, das ist eine gute Welt. Ein guter Zauberer. Bauen können wir schon alles. Da halten wir dann Platz für eine Schutzkammer. Hm, 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 hm. Okay. Das heißt, wenn wir da jetzt durchbrechen, geht es eigentlich schon direkt an. Wir kriegen gleich die zwei Trolle. Level 5 ist eh schon mal gut von Anfang. Dann braucht man einen Imp. Aber da sind so viele Gegner. Da kriegen wir nur die zwei Hanseln. Hm, nervig. Schauen wir mal. Den Platz brauchen wir auch natürlich nur 100 Mal so aus, was wir kriegen können. Die Imps müssen zwar weniger rennen, aber naja. Hilft jetzt nix am Anfang. So, dann haben wir eine Schutzkammer für 21.000 zusätzlich. Das sieht man übrigens da oben bei der Leistung, was da durchrennt. Oh, ich hab sicher schon mal alles zu erklären, aber naja. Ich trau mich da nicht durchbrechen. Weil die Imps gehen dann auch an der Vierer. Da ist gleich eine Schutzkammer, eine Schutzkammer. Und fangen auch, dass da alles einnehmen. Hm. Gut. Aber wir werden es trotzdem riskieren. So, dann nehmen wir jetzt gleich Ole, weil das dauert wirklich ewig, so eine gegnerische Wand zu durchbrechen. Irgendwas weiß ich da noch. Gut. Da haben wir ja schon ein wenig Platz. Oh Gott. das dauert wirklich lang und wir müssen echt ok verstehe schon da haben wir dann schon ein wenig Platz für ein wenig Schlaf Schlafräumlichkeit und da für Hühnchenfarm ganz Platz ausnutzen was man wollt Informationen brauchen wir kein ok und wir haben da eh schon die 2 Trolle gekriegt ok können wir natürlich ok da haben schon Sachen drinnen ok Fragezeichen Türen haben da ganz viel und da haben auch Fragezeichen Türen so ok da haben wir schon mal unsere ersten Räumlichkeiten die was wir unbedingt brauchen welch Platz ist das 15, achso eine Zufall genau für ein paar Zahlen ok ok sollen wir jetzt die Fallen fahren oh gut da sind ja massiv viele Gegner hui ok da müssen wir total aufpassen ah ok da können wir den ganzen Dungeon da ein wenig unter untermauern das ist cool das heißt da müssen wir auch mit vielen vollen arbeiten ok sieg schon da können wir dann ich traue mich da nix mehr abbuddeln weil ich hab eben da die Angst dass wir da voll das Problem kriegen die ganzen Gegner ok da können wir uns jetzt die Bibliothek wegschnappen wir müssen da über Geheimtüren erbauen genau das Secret Door erklärt jetzt da das die kostet 3000 Secret 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 Door Baum als die Sicherheit Doma und Kölner massivsitzer für Gegner schaut das aus wie eine ganz normale Wand der wird auch nicht versuchen dass es angreift eben für dem schaut das aus wie eine Wand und ich glaube solange keine Monster von uns durchrennen sieht man das auch nicht oder Kölner Werner Postgarten dem Ort verstärken Kölner größten Raum nur noch hinten da haben wir wieder Weltkrieg abruppkrieg und zahlt halt die Switcher wieder knapp mit der Kniesch bis zum dort brauchen die Bauer und der Inscher den Weg vor wir müssen sie weniger Geld übrig geholfen Ah, wir können noch Sachen verkaufen. Notfalls. Aber gut. Okay, äh, zum Beispiel die Tür möchte ich gern verkaufen. Und statt dem bauen wir sie erst. Ich kann nicht da einen. Ach so, die haben so viel gehört gekostet. Okay, ist eh klar. Äh, da haben wir jetzt eh schon den Fall, dass das nicht schlecht war, wenn wir da, äh, Brücken bauen könnten. Und wir kosten da eine. 500. Diese Wuche. Hä, hä, hä. So, baut sie mir wegen an Werner, oder? Vor allem du. Jetzt kriegst du ja alle. Okay, wir müssen da ist nicht aufpassen. Ich möchte nur da vor allem in einem Baum groben. Von, die Gegner. Höh. Einige Creatures. Wir suchen auch die Unable zum Leergäten. Idle. Und das Zweite. Doing nothing. Okay. Und da haben wir einen Zauberer. Sehr fein. Gehen wir natürlich da gleich ein Leer. Und wir übernehmen schon mal das Gefängnis da. Da haben wir auch noch einen. Den Kipp eigentlich schnell rauszuholen. Und da gleich mit einer Secret Tour zumachen. Okay, da müssen wir schnell handeln. Ach Gott, wir haben kein Geld mehr. Hm, mhm, mhm, mhm. Wie tun wir da? Okay, da verkaufen wir jetzt alle erst einmal das da. Brauch ein wenig Knisch. Und dann gehen wir da her. Und hoffen, dass wir da jetzt irgendwie zu dem Gold da kommen. Oh, scheiße. Okay. Da ist auch überall gegnerisches Gebiet. Aber irgendwie ist das... Hm. Die brauch ich schnell. Die lächeln wir jetzt da aus. So, und da gehen wir schnell. Ah, genau. Ah, okay, 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 okay. Da haben wir ein bisschen gut jetzt. Da haben wir ein bisschen gut jetzt. Huh. Okay, okay. Okay. Okay, hier. Okay, mach das noch mal. Ah, vier, 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 vier. Oh, loser. W Gom, komm, tick dir, wir wollen es Parlom, du. Währendst du Jahr, es gibt kein bisschen Recommend. Die Gelder ist halt man da. Ja, freuna clerken kann'm, never mindestens hab ich habe, Herr, muss es uns noch wollen, aber da ist kein Problem. Oder wenn es noch können wir Immediately mehr qualcúng war. Du lecker in denotes sich. uns zu klären ausgebildet und du umkehrt natürlich einmal mehr und nicht mehr zu machen hat sie zu tun dazu also auch geschäftsische okay 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 ach jetzt bin ich nicht mehr geworden Kuhl so müssen unbedingt die vor ihm dazu machen ganz ganz dringend hausso liebsten das kräfte da und sie da sehr gut geschwind okay da haben wir uns im ersten gefangenen möchte unbedingt gerne das ist so hinten vorher machen da ranger die erste nach oben so umbauen die ist oder und beschweren sie da aber im sehr das ist das ob man hoffentlich an der karte wand machen und der ist schickt nicht doch sehr ok da können wir dann ein wenig geld von da einer kürte spieler g2 der raum kennt uns okay das müssen wir dafür geschickte wochen und ganz viel salamander es gibt es natürlich gleich kreis lieferung noch hause sehr gut dies wird alles klar steht an der dritte so und du musst mit so das ganze gut schlägst du von wer uns geht die kohle aus aber wir müssen dort dringend zu machen oder müssen wir was sagt ist frohlich ich bin nämlich nicht sicher durchgehen oder ob das nicht da wochen oder was immer da war so nach sicherheit stopfen einfach einmal ist sich gerade da rein es kostet uns zwar einiges aber ohne dem geht es halt auch nicht so das bauen wir eh schon alles ab da und schließen wir auch gleich mal zwei gut die woche stirbt er jetzt mit der zeit unser nächstes ziel ist da erinnern die bibliothek jetzt haben wir schon einige starke äh kreaturen sage ich jetzt mal also die mit salamander haben wir jetzt schon ein bisserl was in der hand sage ich jetzt mal ja sag einmal machst du das du nicht was wir zaubern feuerwoll verkauft und dann dort die kreaturen da spielen wir mal zu ok die machen eh nicht viel schaden ach nicht die tür zu machen nur den zauberer ich hoffe du kommst nicht die kinderische armee ok das wird wieder aufgabe für unseren Prozent wo hat es jetzt klappt es wird aufgabe für unsere zauber dass man gezielt mit kreaturen kämpfen da müssen sie jetzt wo ist noch der reihe holen so jetzt mal ok jetzt haben wir mal die bibliothek das ist natürlich ist nicht schlechter das wird alles verloren haben ok gehört wuchs auch sehr gut oh wie kriege ich da jetzt das eine was ich brauch wo hat denn die eigentlich okay da ist zum beispiel so eine falle so die haben wir vielleicht noch nicht gesehen aber die geben eben so laut wohnen und dem gegner in die nähe kommen also in dem fall wir so da ist zu die imps dann alle da abbauen rennen da immer wiesentlich wehre stricken umeinander ok wir haben die bibliothek wo gut kürzeln ist hier wieder kürzeln oder ok ok das spieler auf der stadt sie dr genauso wie wir du musst nur bedingt das übernehmen dass man da sich mit vorher pflanzen können so so zugesperrt payday ok kann uns auch wurscht sein secret door guck her da oh gut jetzt ist doch keine tür mehr das ist unser letzte schon so jetzt tragt der imp die tür da noch her komm schneller und zugesperrt ach gut was du hast denn da da so so na es ist natürlich äußerst ärgerlich dass der typ der äh dass der typ der die tür gesehen wird erklärt natürlich ausgeschwitten servis servis hallo hallo ok da ist der gang ok 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 wir erkundet schon mal ein wenig alles ganze wir brauchen jetzt zwei noch ein wenig stärkere kreaturen dass wir das schaffen aber für erste erkundungstour passt das ja schon mal ok jetzt haben wir da so so sehr gut das hätten wir so 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 und so 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 Trolle das sind jetzt ein wenig was tun für ihren Geld die haben jetzt die Türen zugemacht das ist eben die Art wie man Kreaturen dazu bringt das hundertprozentig was bauen also die Kinder da jetzt auch nicht raus die anderen da drinnen sterben jetzt nach der Zeit wir können jetzt ja mal ganz kurz für unsere Zwecke da missbrauchen dass uns die Secret Door gleich machen weil das ist eben dringend also für sowas kann man das natürlich einmal verwenden das ist geschafft oh gut ja bring euch die Tür hin ich bist entschuldigt eben jetzt nimmer faules Stück ah jetzt nimmst du mit so da machen wir auch wieder auf auch auch gut im Sturzbüse da wo hat's denn oh gut äh da oh gut so du kimmst mit du und du und du und du ist zu hab ich gesagt die Schicht im Schachturm es kam ja raus da ist das schwierig das ist ja schwierige Essen Sack Flöhe Hüten da ist auch nur ein Raum sollen wir sie trauen jo wir trauen sie so die Kohle geht uns bald schon wieder aus wir brauchen wieder eine Geldquelle äh so da buddeln wir da um eh und dass wir vielleicht auch nur ein wenig was finden da drüben dann ist sie zu überwinden sie und wenn eine mit Christen okay da haben wir Futterknechtin die ist es zuerst einmal was ja von foltern muss man essen das war's mal von daheim das ist ja kein Geheimnis eigentlich das kosten sie mir irrsinnig viel Gült 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 vor allem Gült da es kommt zu mir wieder weniger in die Richtung ist aber gefallen hohe Friedhof sehr gut Kondipit und da haben wir irgendwann Kampf okay 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 das nicht kondipit es geht so weiter zurück so am besten wir machen da gleich mal einen Angriff call to arms da machen wir jetzt einen offiziellen Angriff weil das gehört ja anscheinend nicht im Haupt-Dungeon da herunten und dann ich hoffe wir haben jetzt sicher dann wieder eine rennen so ist der mal da und da weil wir jetzt im Bio ist ja gell ach die sterben alle alle tot ach scheiße äh so das kicken wir mal und dann soll unser Impfen Futter Salamander mitnehmen wir und da haben wir schon wieder Kampf oh okay das Höhenportal sehr gut da haben wir den Friedhof was wir gesucht haben also gesucht habe ich nicht unbedingt aber oh Gott ist ja klar okay jetzt brauchen wir natürlich gleich ein Skeletz der hier oben was uns da die Furchtfalle angreift haaah fufufufufufuf dann nehmen wir sie jetzt mal alle Impfen mit zwar von denen ich schmeiß mal gleich da eine und da brauchen wir jetzt auch wieder dringlichste vollen ah immer geheime Tür ok der hat uns die Tests zusammen der starbärt da nämlich uiuiuiui das ist ja eine schwierige Mission ok die Tür wird fertig gemacht das ist dann leer ja, dann macht er halt leer 7 von 15 Verwendung da sind auch immer ein paar Händl da das ist zumindest ein Zeichen Alter jetzt soll ich einfach schneller gehen was mit dem so jetzt warten wir noch auf die eine Tür das mit die Imps da, das ist echt ein gescheißer Duft so, den bauen wir da sofort ein und machen dicht so, doing nothing das haben wir schon gedacht, dass du nix wirst okay, das haben wir auch mal ob gesichert so wird gut, die da ist ein wenig für den Arsch, aber so, wo ist er? da läuft er okay, da ist noch eine Kanon die müssen wir da noch ja, ich mach das jetzt wirklich mittels symbiose Spruch weil, es geht einfach leichter so so beziehungsweise es geht er überhaupt so, Level 3, Level 5 Magier was ist eigentlich die Mistress für Level die machen auch immer scheiß viel Schaden hätt ich bald gesagt so die ist jetzt bereit dass wir es übernehmen und sie Stunt davon ich hab eh getocht so, jetzt käme da hoffentlich vorbei ohne dass mir die Furcht fällt da wischt ja, genau so hab ich mir das nämlich ja getocht ach, kacke ja, das wird jetzt... bauen wir da weiter in die Richtung oh, da haben wir auch viel wir haben nicht mehr Geld wir brauchen Geld so wir haben unhappy boah und da haben wir die Schloch-Fräumlichkeiten von den Gegner oh, schaut zumindest so aus oh, und eine Schatzkammer sehr geil ja, geht ja nur aus vom Geld her äh Creature is dying a prisoner and it's risen as a skeleton sehr geil wo ist das? oder der wird sich eh von lauer aufm weg auszumachen ja, da ist er schon ok, und wir übernehmen noch grad die Schatzkammer gegnerische Leer haben wir gekriegt gut, da buddeln wir weiter in die Richtung und natürlich auch da alles freischaufeln da können wir da können wir Platz nutzen und jetzt sehen wir ja schon jetzt wird's eh schon ein wenig knappig vom Geld her was haben wir gekriegt uuuh, Increased Level da hat man auch gesehen, da war Artefakt drinnen und das ist meiner Meinung nach eh das mächtigste Artefakt das erhöht einfach das Level von all den Kreaturen um eins also das... ich warte jetzt aber noch kurz mit dem Eis sitzen weil ich eben glaub, dass wir... dass wir... im Hof dass wir vielleicht noch Kreaturen finden zwei Tage ist auch schon wieder ah, ich hoff das... zahlt sich aus nochmal nach hinten hinbuddeln so und da werden wir wahrscheinlich dann auch früher oder später in die gegnerischen... in die gegnerische Festung kommen ja, von hinten sogar noch klasse ok da brutzelt uns dann wieder ah... ach geh so hab's alle ja Stufen erhöht gekriegt jetzt werden's da die... so Blitzteile wieder die Imps putzeln und wir haben ja schon Blitz mit ihr wir haben ja schon Blitz mit ihr das will nicht so auszutzen mehr sitzen komm, fall um ach Gott ah, er hat überlebt sehr gut und wir haben einen Mana Vault erobert und hey, der Goblin da regt mich auf geht ihm in die Ecke und sagt, der kriegt nix zu messen ok zwei, da kann man wieder gut umgebracht oh hups ok, sehr gut sehr gut der hat ja das zusammen ah hm hm ich hab claimer Mana Vault das gehört jetzt auch uns äh da war leider nix in die Meck ok da ist das ok, sehr klar huh das ist echt eine spannende Mission, muss ich sagen Creature is a happy way for Dungeon ne, das hab ich gewusst so, so schwierige Mission erfolgen wenn man auch so irrsinnig aufpassen muss was man denn als nächstes tut ok der hat da die Furchtfalle zu haben dann geben wir da nur ein Heal dann holen wir so unsere Mistress und mit der schulden wir jetzt da mal die zwei Kanonen aus die, was man da links im Büdel sieht ne schiessen, dass die Imps immer zu klump äh so, ok, da ist ja, ok, ma auch draufblitzen ah, die Mistress, die macht wirklich extremen Schaden also es gibt dann eine Einheit, die was noch mehr macht aber die Verrollen natürlich an der Stelle sicher nicht weil die ist so klasse die Einheit so, was haben wir da? da ist noch ein lauter Friedhof rumrum dann haben wir einfach mal die Tür was da hat man denn sonst ach Gott, ah, das ist so eine, die was auf den Schi ist haben wir natürlich auch noch niebauer die Binde zu da fallenbauer eigentlich weil es so zeitaufwendig ist dass man da einmal halbwegs was zusammenbringt trifft die, ja aber, ah, man hat es jetzt kurz gesehen die Schi ist ebenso Feierbälle also das ist halt ganz gefinkelte Tür und wir haben es uh, servus! wir haben ein Vampir und einen großen Friedhof in einem Mieten okay, wir haben die seitlichen da verkaufen die, was da draus haben die haben nämlich, glaube ich für'n Arsch äh, so huh, das gehört wieder benommen ok, wir haben das da übernommen wir haben ein Vampir auf dem 5. Zugriff sechst, war schon wieder gut gewesen wenn wir Quartel mit Leben ab aber, gut ist jetzt nicht so tagisch eigentlich schon okay aber der Möglichkeit Graeferard, ja und schon wieder Graeferard Kaufmann und die Graeferards das ist darum dumm sein, weil ich glaube das ist nicht wirklich sinnvoll, da und ich check mal aus nicht impf, ganz kurz Level 7 cool ob da hinten nur was ist aber es schaut endet da noch aus was ist eigentlich zu zweiter und noch schneller Render cool ok, passt wir haben's gseeng da ist nix mehr ok, das heißt, da haben wir jetzt einen Eingang jetzt gehen wir schon langsam die, die hinten um die Wege los eigentlich ich muss jetzt da von offenen Angriff eigentlich früher oder später rausse ok, da ist so ein Alarm da ist noch ein Raum, den was wir sich eigentlich holen könnten ich sehe gar, wir haben nur ein Zauberneichen hm hm so, fast so mal ein bisserl ah ok hm 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 hm, äh, bin gespannt jetzt was da drinnen ist aber ich denke einfach mal wieder auf so da ist auch gesperrt da nicht da ist auch gesperrt da ist auch gesperrt, da braucht man auch alle durchsperren jetzt kann man sich ja schon weniger was leisten das haben wir ja schon korrekt tun und in einer offensiv Aktion wäre man jetzt einfach mal die Türe erhören Black Knight, sehr geil A new spell has been researched, oh genau Great Gold oh das ist natürlich das ist natürlich ein coole Zauber wie viel macht der? schauen wir mal in der unter 30.000 ok, das heißt der macht 1000 Gold und weg du mit euch äh, Mönchshaufen oder wie sehe ich das da gerade so jetzt machen wir mal einen offensiven Angriff an der Stelle jetzt sind wir alle her ich hoff die Kreaturen werden wir da jetzt nicht damisch mit der Zeit weil wir halt viel noch keine, keine Hoben haben und so und das schaut schon echt cool aus da hiel mir mal ein wenig durch überall tok 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 das ist immer gut bei die Combats mal mal und jetzt ehrlich biegscheiner was man geht einfach mit Symbiose ein und der hat einfach zehnmal so viel Schaden aus mal das stimmt schon einfach dass man mit Symbiose Symbiose einfach viel mehr Damage macht, aber ja einmal es ist nicht so lustig wäre ja eher so jetzt dann mal es ist eher leicht wenn man einfach so extrem viel Schaden macht äh, das Tor sind's mir doch bitte noch erhauen oder nein das kicken wir jetzt und das Belohnung auch auch die haben wir ja schon mal gehabt die 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 haben auch in der Schmiede tätig für die die was vergessen haben sollten ok wir können jetzt jetzt Geld erschaffen lässig, das heißt wir haben jetzt auch nicht mehr den extremen Zeitdruck wir können sich da, ja Zeit lassen auch nicht, echt auch nicht unbedingt, aber wir können jetzt an der Goldkrise mal ein wenig alle gegensteuern, sag ich mal das haut auf jeden Fall hin aha, ok, in welcher Richtung gehen wir weiter zauber, ok passt schon äh, was ist durch ach Gott, der Draht wieder durch ey, das ist, das ist komisch oft, aber na ein Trainingsraum, ein Trainingsraum da holen sie dann auch gleichzeitig immer viel Kreaturen auf da werden wir jetzt wenn wir sie den Luxus gönnen, werden wir die Wante einreißen die zwei Räume verkaufen wir werden dann Trainings-Room eine bauen so die hat auch ihren Zweck erfüllt das machen wir ein wenig größer da alles ah ja, und da in das eh kommt ein reicher Kosten ja, das weiß ich doch schon so das ist eigentlich eh relativ viel Platz ja, cool haben wir viel Platz jetzt gewungen da können wir jetzt dann keinen Trainingsraum reinbauen äh, Trainingsraum ist nicht blöd ist ganz wichtig, dass man mal das Grundlevel von die Tier- äh, von seine äh, leider hört, aber ich glaub wie kommst du da hin? oh oh hat zwar Leute von der hat er gespürt ja, da ist recht wurscht ähm ich sehe grad, wir haben eigentlich ja schon überall so hoch Leute, also der ist Level 4 Level 4, Level... ok, das ist jetzt der Scheiß da haben nur Level 2 Skelette, aber Gott so Skelette macht da nicht mehr na, die Handschuhe ohne Level 4 gut dann haben wir zum großen Raum Garten... na, so blöd sind Torte Chamber, Torte Chamber, Torte Chamber Torte Chamber, Torte Chamber, Torte Chamber, Torte Chamber, ja äh wenn wir jetzt mal gut haushalten na, dann haben wir jetzt so wegen einem großen Raum halt einmal können wir einmal schauen, was wir damit tun und da haben wir schon wieder so, äh, Geheimwegerl hinten um mich sehr gut sehr gut sogar das heißt, es besteht noch Hoffnung uuuh, cool, cool dass wir vielleicht durch den offenen Kampf verhindern können äh, ho da werden noch zwei Schutz kommen, das heißt, wenn uns wirklich das Geld ausgeht haben wir eh den Zauber auch, aber das ist auch Möglichkeit ok, wir kämen uns schon relativ weit und tief rein Quitsch ist da wie in der Prison ja, das ist eh gut Payday geht sich ganz locker aus ok, für Offensive ist glaube ich noch zu bald, also wir haben wirklich nicht wegen Monster vor allem für verschiedene, das ist eh, ihr sind nicht gut eigentlich aber trotzdem ist man zu riskant zu ein offener Kampf möchte ich ja doch vermeiden so wir übernehmen da schon langsam eine gegnerischen Dungeon das befürchtet natürlich, dass da, äh, so ein Weg von der Höllengruppe ist, wie was umeinander läuft weil ich glaub der führte einfach einmal rumtum aber na, schauen wir mal man kann ihn nur hoffen ok, der Guardroom, er wird uns eben da jetzt sagen, es ist bewochbares Gebiet einzeichnet, wenn man die, die, die Kreaturen heben und der, was durch den aufgelockt wird, dann konnten die den auch bewochen, aber ja ist jetzt nicht davor so ist hier geschehen, da geht's echt mhm da drinnen ist ein Weihraum und ich bin so gespann, dass drinnen ist, machen wir sie mal einen verbesserten Imp Imps kann man nicht genug haben die sterben eh immer so viel ok, nur ein Guardroom Tür da geht's einmal rundum zwei Türen, ok haben wir schon ein wenig mehr g'seng äh, möchte ich natürlich is nicht gern wissen, was da in der Mitten ist gut, da nutzen uns unsere Skelette für die Zwecke oh, das freut sie sogar und ein Horniki Marge beschwören wenn man den brauchen, also für was in so a letzte Hoffnungsaktion ist rechts praktisch eigentlich wer es eben gut, ich lebe sie wer es eben der ganzes Maler braucht, ob er dafür da extrem störe, also das der erledigt da den den Diamantenwächter da den haut er eigentlich auch immer mit One-Hit um das heißt, ja das ist ein Scheiss jetzt hat uns doch die Gruppen gefunden da jetzt hat uns doch die Gruppen gefunden da ja, die werden auf jeden Fall da oben rumgehen dann holen wir sie immer alle Imps da rauf und lassen die immer da vorbeiziehen drüb 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 das heißt aber äh, was? wo leidst du immer? wo leidst du immer? so, da haben wir unsere Kreaturen äh, was tun wir denn jetzt mit dem Superblood? äh, was tun wir denn jetzt mit dem Superblood? so die machen den Raum kaputt das hat's mal die zigkei einer Partie was dann die, da? soll man kaum riskieren Kreaturen hätten wir eigentlich genug ach komm so, da setzen wir das Standart her da wären jetzt nur Impsvierig geredet und das kann beginnen äh, die laufen weg von uns hallo, da sind wir eigentlich eine Freiheitstehren so so ist einer wohl walscht hm gut dann hat sie das wohl erledigt ach, da gehen schon wieder Imps drauf noch da rein geh weg sehr gut aber wir sind so ein Plan, dass wir das teuer haben das ist nur immer weil der KS kriegt ja Quitsch ist da wie eine Prison da haben wir irgendwann Kampf äh, hm uh, die haben die Tür da ergeholt ach Gott, ok, da kommt die ganze Hellengruppe wieder und ich nimmer da wieder alle Kreaturen mal und es wird doch Zeit für einen offenen Kampf nämlich da in unserem Territorium ist mir natürlich lieber da kommen wir so ein wenig an Schock, ne? und natürlich mit einem Summyspell, ohne dem geht gar nix es ist ein absoluter Horror, da irgendwas zu erreichen ohne dem Summyspell komm, stützt sich nicht so an, kämpfts und es ist ja so ein Nachteil, wenn man in der Symbiose ist mit einer Kreatur hast du überhaupt zu Possession Money Redemann Schaus dann kriegt die auch keine, kriegt es auch keine Erfahrung, die Kreatur das ist auch so ein Nochteil so auf unserem Gebiet kämpfen ist immer vorteilhofter für uns da werden wir eben auch da ein wenig a zauber wirken können hup, komm her du komm her du also wie schon gesagt, die kriegen eh kein Level während es wie a Possession aber dafür hanns halt um einige stärker so auch mal durchgekeilt der Runderl du bleibst da zack und weg ist er gehört, wir können in die Fahne kicken ich glaub das war einer stark gehörten Gruppen die, was da immer um Raunergrenz hören nimm da immer gern Skelette weil bei denen ist es wurscht weil es jetzt pick weil wenn so einer grad auf dem Wegwinn war da so ein Essen geht oder ein Tringer, äh Schlafmeure dann dann werden die dann immer so lästig wie so Zahnsen da die Ton umeinander und wir haben da schon wieder einen Durchbruch ok, ist klar, weil wir da jetzt alles übernommen haben da wären wir jetzt natürlich uuuuund mal durchheilen alles ok, das ist zu viel für unsere drei Skelette da holen wir sie nur wegen einer Unterstützung oh, das ist ja ein riesen Casino da so dann sammels Bell da eine das ist eh der Kampf, oder? ja mein paar, ich weiß nicht, eine Greyfair oder irgendwas ach so, ist er wieder Vampir? ach, das ist ja klasse cool ah, Gold haben wir auch noch genug ok, lehlen wir mal wieder mal runden durch bei die Vampire und bei das Skelette muss man eben irrsinnig aufpassen weil die sterben einfach, wenn es keine AP mehr haben andere Monster fallen um die können dann locker mitgenommen werden aber Vampire und Skelette mit denen ist dann gar so passt ich bin über dem schon das ist echt ein riesen Casino da ist ja geil ah, voll die schöne Wasser da na echt gu... gut, da haben wir auch so einen Hansl den holen sie unsere Skelette, hoche Skelette mogi irrsinnig gern dann können denen einfach schon viel reichen obwohl es halt einfach voll die Trash äh Kreaturen seien im Endeffekt, man muss halt viel aufpassen auf sie am Anfang aber dann hat es relativ gut eigentlich so, die Bibliothek da bauen wir ein wenig aus äh ok, ok, kampf, kampf, kampf und und das schaut schon gut aus das ist Payday bald wieder schmorren ein paar ah, das wird noch immer übernommen ah, brechen wir da gleich mal durch, weil ich suche jetzt eigentlich auch schon den Dungeon-Chef von da MAKING A HOME ah, der schläft gleich am Friedhof na der geht da oben zum HOME machen an 2, kampf gut, da käme auch weiter wieviel Imps haben wir eigentlich nur wir sollen uns gescheit verkosten die Aktionen ach Gott bläden Viecher teilweise ist die KI echt nicht so super und da gehts schon wieder tiefer hinein äh ach Gott, der braucht la das hier ist noch Food Dusche wieder der, der, was so gut mit dem Essen drauf ist äh ok, äh, und tun wir sie da einfach an ihm und uns kehr endlich das Casino, oder? da gehen wir jetzt mal auf Possession Runde und schauen sie das Ganze mal ah äh ach na, mein Imps macht es nicht kaputt wie ein Narrisch so da haben wir is ja nicht viel voll, aber ich glaub ja können uns eigentlich wusch'se hopp, drop mir ein paar Skelette und das ist ja richtig geil, ne? die Imps die Imps bei der kostet ja schon also für je mehr das man hat, desto desto mehr kosten auch die Imps ist ja erst noch Food ja, dann sind sie was essen ok, Payday, reißen sie jetzt an jetzt hier wirklich eine äh, ok, ich glaub das hinter der Tür vielleicht schon unsere Antwort liegt, wer weiß, wer weiß ok, die haben auch schon ohne zerstören, wenn da da haben die Imps genug zum Tor Manner ist auch schon am Cap ok, kreaturen happy ist mir recht so, da, da, da die Vergleiche ob das Pio nicht mischen valid das heisst man, ich hab doch schon dass die Information zu okay die machen diesmal kaputt die Wecklin an dem wir gegen das Portal gegen die Portalwächter kämpfen 8 Klaus die Tingen bett nur so viel und außerdem hat Skelette so klasse was Moralo geht weil die Haule einfach drauf los was geht dort so die Imps wochen ist die Läufe äh Läuziehen ist nun leer du da Express Lieferung Kärer wird zwar das eine Bietenknopf und das so weitergeht der Sachsen-Level 6 ja wenn man eher kaum lustig spült ist der Vorteil dass die Kreaturen so extrem hochlebig sein nur so dass seine Vorteile so und es gibt sie immer Express Lieferung wie versprochen dass da nicht die Fische irgendwie die Päden werden eine Brücke müssen dass es gelten so da braucht man weniger Plots nämlich da riecht man sie gleich dann ist süß wenn man sie weniger Schlafgelegenheiten her Portal sehr gut da brauchen wir dann eine Hühnchenfarm die Gitarren wir haben die dort jetzt einfach direkt durch so weniger Laufbahn so da weniger Schlafgelegenheiten das die Kreaturen nicht so weit harschen müssen und ah genau da haben wir jetzt die was ist die Dark Elf ok Dark Elf sind die die was wir nicht eingefahren sollen Knight holen wir schon hoch ja 4 ok oh Fleischklotz oder ja passt kriegen wir jetzt auch noch schon so jetzt klieren wir mal schnell die Kanone und da haben wir jetzt um die Ecke weniger zu passt ok und gegen der Gegner was ist so ist war man Klick habe ist der Sascha der Dungeon Schäufer gut und wie du siehst du die Necki Regul erwacht zwerg wo hat zwei Schläge und so der Zwerg ist weg das ist schon angenehm und ich glaube wir haben so richtig es schaut gut aus da da wieder so ein Wachzwerg das sind die Level 6 die macht ja mit zwei Schlägen da die Zwerge her zu durchs ach schau'n ist das wenn nix was ok ja da ist er ich sehe ich schon ok sehr gut da ist unser Ziel so Auftragsziel da hau'n wir jetzt mal die ganze viele Wochen zusammen he 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 wir haben gar nicht wissen was er für sie zukommt und da hau'n wir noch äbster nebster nebster ich hab grad drei Schläge gebraucht ist anscheinend auch unterschiedlich dann ok gut sehr gut da du kommst auch noch mit hallo gut und du hast Hunger er hat es von lauter kämpfen Geld muss aber Hunger das verstehe Casino ist auch relativ ungenutzt oh gott dann schon ist gut nicht misst dies ist kommt in grieb gut nur wer wird die Reise erklärt die wir haben jetzt da boks mutter wird drohen steht bis sie kehrt so seit dem Fibon 6 sieben eigentlich schon länger mit Orkina Prozent da ist ein Leben der Herrscher Kiel ist natürlich statt als zehn Maler schon langsam jetzt müsste zu das ganze der ganze Tanschen und überall geht's los so wurde ich nicht beschweren ich der gräle für was haben wir denn so wird heute kreaturen du aufgezüchteten mädchen wirst du wir wurden so viel für so ganz auf die kurde und modische lässige ort und steuer gut ist so gut dass sie der kurs so weit drüben befindet der versucht natürlich der tour naa komm her da so und direkter Angriff hab ich's mal weggeheilen Ampyr waren's fast gestorben hab ich nicht mehr viel HP gehabt und ja was tut der Heringkultur arms ah ja genau oh da hat schon Ampyr zerrissen hab ich grad gesehen so 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 direkt auf Erl so herrn herrn okay man als Götter hat schon wieder um ein Pizzerrissen wie grad gesehen doch gut ja das ist natürlich ein Scheiß okay das war jetzt mal Level Aser trotzdem ehrlich und da geht ab komm 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 da ist der dritte und muss sie noch ein paar im stilus die kroppen und transportieren und im mok abuch mit sterben der typ r komm schon den arbeit den arbeit diese rente vor von uns direkt ja jetzt ausgefunden nur zum sauer des nur von der ziemliche verlustischer aber gut und jetzt hat sind zarten für schön das gehört wohnhausen schätze kein problem nur könnte aber ging so ein leben erländische herausforderungen Kumpschau! Gezweiler! Alter, jetzt spinneleicht! Schau, wie denn denn, oder was? Der rennt immer da vorn, der Wichsel! Komm her da! Komm her du! Jetzt glaube ich es dann! Ja! Gut! Boah, das war ja doch nur ein sacher Kampf da am Schluss! Aber, ja, ich habe doch nicht mehr wie jetzt ein Possession Spell, wie ich es gesehen habe. Das ist... Er ist immer noch vorn! Komm schon! Also, wir haben es geschafft! Dann ist er, der Horne holt sich sein verdienten Diamant noch! Rennen ihm nur ein Zauberer über den Weg! Aber jetzt sind gerade wieder soviel aufgetaucht! Ja, Wahnsinn! Ohne Arten aufglaubt! Damit ist die Mission beendet! Wie schon gesagt, ich komme nicht auf den Missionsscreen zurück! Mir haut es jetzt direkt raus! Das heißt, ich verabschiede mich an der Stelle! Habe mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt! Und man sieht sich! Tschüss! Tschüss.